Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Blue. Finde nice scheiß oder wieder nice scheiß für euch. Und zwar meine Mitglieder auf MB Glitching, Mickey Blue oder Mickey Blues Livestream WDH. Der Stufe Mickey Blue Plus sind schon dabei und machen Solo richtig fett Money. 3,8 Millionen GTA Dollar pro Kopie. Ihr seht das hier, ich habe hier einen Easy und den habe ich quasi soweit getunet bzw. verglitcht. Dass er, wenn ich auf Verkaufen gehe, dass er 3,8 Millionen GTA Dollar bringt. 3,8 Millionen statt 1,8 Millionen. Also wenn ihr, wenn ihr richtig fett Kohle machen wollt, das Solo, ohne Intro, ohne Outro, ohne dummes Rumgelabergestrecke auf 8 Minuten. Sondern wenn der Glitch 4 Minuten geht, dann geht das Video auf 4 Minuten. Direkt zur Sache, perfekt erklärt und so weiter und so weiter. Dann Mickey Blue Plus Mitglied werden seit 10 Jahren meist erster Deutscher. Auch bei diesem Glitch wieder, wie beim ersten Solo an mit Money Glitch dieser Woche. Dem zweiten, die zweite Variante habe ich sogar, glaube ich, als einziger gebracht. Und diesen auch wieder als erster Deutscher. Macht Kohle, werdet Mitglied oder eben nicht. Haut rein, ohne euch bin ich nix. Das ist nur zusammen mit dem Mickey Blue.